Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, schönen Video von uns. Und zwar einem Challenge-Time-Video, das dritte. Ja! Und ja, wir wurden für eine Challenge getaggt und was das für eine ist und wen wir taggen, das wird euch der Spider-Web erzählen, denn wir machen die zu zweit. Yay! Und zwar wurden wir von dem X-Razor-Z getaggt für die Challenge, dass wir in sechs Runden Quick-Survival-Games mehr Kills als der Vordermann machen. Dabei gibt es einen Haken und zwar, dass wir jeweils nur eine Kiste öffnen dürfen. Also was heißt öffnen? Öffnen dürfen wir so viele, aber wir dürfen nur den Inhalt einer Kiste nehmen. Ja. Und ja, ist gar nicht so leicht. Wir haben gerade schon mal ein paar Runden gespielt, um das auszuprobieren. Ist nicht so einfach, aber sechs Kills in sechs Runden hatte der Vordermann. Also der X-Razor-Z hatte sechs Kills in sechs Runden. Das heißt, wir zwei müssten mindestens zwölf Kills machen, weil wir ja zu zweit sind. Der Robert erklärt euch gleich, wie der das rechnet. Und ja, erstmal zu den Leuten, die wir tanken. Und zwar werden das Rexcaviator, Caddy, Awesome Wayne, Stolen Games TV und Blue YOLU sein. Genau. Für Kanäle. Und so findet ihr in der Videobeschreibung das Video und den Kanal von X-Razor-Z auch in der Beschreibung. Ja. Robert, wie rechnest du denn das Ganze? Ja. Und zwar mache ich einen Kill-Counter rein für uns beide. Das heißt, jeder Kill wird gezählt mit einem Punkt. Und am Ende von den sechs Runden werden dann alle Punkte zusammengezählt und halb Jot. Also durch zwei, genau. Ja. Also eigentlich... Und da müssen es mindestens zwölf Kills sein und dann halt durch zwei, damit wir die sechs trotzdem erreicht haben. Richtig. So. Okay. Los geht's. Ich würde sagen, die Challenge machen wir locker easy. Spider ist der Gruppenleader. Das heißt, der zieht mich überall rein. Wir hatten ursprünglich überlegt... Bist du bedrückt? Wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir noch Aufnahmen von ihm reinnehmen. Aber das wäre umständlicher, als alles andere. Das zu schicken und so. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, ob man vielleicht einen 480p oder so macht. Aber nee. Okay. Ich habe ein bisschen was. Oh, die Aharnisch muss ich drinnen lassen. Schwer. Ich habe auch was. Oh, und die Aharnisch. Stopp, 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 stopp. Ich habe einen. Ich habe einen. Darf ich ins Wasser springen? Ist das cool? Oh, fuck. Da kamen zwei. Junge, ich habe einen fast tot gehabt. Oh, Mann. Ich habe normal von ihm da noch geboxt. Ich glaube, ich muss mir vornehmen, dann erstmal aus der Menge raus zu rennen. Vielleicht, ja. Oh, ist das ärgerlich. Oha. Oh, der ist doch viel stärker. Shit, aber ich habe einen gehabt. Das ist gut. Aber ist das auch schön? So, Slash Lobby. Und gleich in die nächste Runde. So, mal sehen. Damit der Robert nicht so viel Zeit dazwischen hat. Wir sind in der Runde das 2. Das 2. Also die Mappen. Ja, auch Quick SG geht ja schnell. Ich denke mal, da werden wir sogar ein relativ kurzes Video rauskriegen am Ende. Ja, könnte sein. Außer wir schaffen wirklich in einer Runde mal ein bisschen mehr. Vielleicht sogar ein Sieg. Wäre ja nicht schlecht. Wir gehen extra in Teams erlaubt, was natürlich Vor- und Nachteil gleichermaßen ist. Ja, man darf auch nicht die Kisten nehmen, wo dann gute Rüstung drin ist, ne? Ja, oh, kacke. Ich werde schon direkt wieder verfolgen. Oh, ich werde auch geschlagen. Oh, nee. Ich muss weg. Ich muss weg. Eule, 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 Eule. What the fuck? Ja, Alter. Box mich halt gleich halb tot. Einen Schlag, verdammt. Dieser Slime läuft nicht weiter der Eule her. Ich werde einfach... Hä? Nein. Oh, ich werde geschlagen. Lebst du noch? Ja, ich bin noch am Leben, aber es ist kein Leben. Ja, meins auch nicht. Hilfe. Aua. Ich habe zwei Herzen. Ach, da ist noch der Chest. Oh, ja. Stefan, hier. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hilf mir, ich habe zwei Herzen. Ja, ja, hier, hier sammelt das ein. Ach so, ich dachte, er wäre näher bei mir. Ja, das auch. Ich habe auch echt... Oh, danke, danke, danke. Alter, ich habe Pfeile und keinen Bogen und zwei Dämonatische. Ich habe noch nichts aus Kisten genommen. Ich kann noch... Shit. Hier ist gute Rüstung drin, aber ich darf sie nicht nehmen. Ja, ich habe auch. Ich habe... Das habe ich ja über alles gesehen. Ich war ja hier an allem Möglichen. Guck mal, hier unten ist noch eine Kiste. Ah. Du hast eine Waffe, hast du gesagt, ne? Ja, ein Holzschwert. Das ist unsere letzte... Na gut, wir schweigen dich nicht. Ja, ich habe einen. Geil. Stuff, 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 stuff. Komm her, hast du noch eine Waffe bekommen? Ja. Und noch mehr Essen. Ich brauche noch zwei Bananen. Komm, du hast jetzt besser... Danke, danke, danke. Pass auf, pass bloß auf. Geiler Typ, geiler Typ. Ich habe immer noch eine Kiste frei. Ich habe immer noch zwei Herzen. Ich muss erst mal... Da kommt auch einer. Ja, kommt den da oben. Die Eule, lieber als die anderen. Du hast eine, ne? Halt. Zwei. Geil, geil, geil. Hier. Geil, geil. Oha. Willst du mich jetzt erschießen? Ich glaube übrigens, dass das die... Äh... Oh, ich hab' mich getroffen. Und er mich nicht? Dass das die CSGO-Map ist, ne? Das heißt die Map? Ja, kann sein, aber... Oh! Oh, gut, gut, gut. Oh, er hat die ja noch nicht. Alter, was ist hier los? Was geht da? Fuck! Oh, fuck, da bin ich voll reingeschaut! Ah, Menge, Menge, Menge! Lauf weg! Weg, ich will weg, ich will weg! Ich hab' drei Herzen! Hinter uns auch einer, der schießt! Nein, ich hab' ein Herz! Oh, fuck, fuck! TNT! Fuck, ich bin tot! Es hat mir überhaupt nichts genützt! Scheiße! Ich lebe noch! Gut, gut, gut! Äh, Kompass, Kompass! Alter, fuck! Ich muss erst mal raggen! Oh, sehr gut, dass du... Ja, dass ich da noch weggekommen bin, oder was? Ja, dass du noch am Leben bist! Ja, das heißt aber nicht, dass ich noch einen Kill schaffe. Ich darf ja auch an keinem Kiste mehr, das heißt, ich bekomme schon da sich nen Namen. Ich muss ja jetzt versuchen, einen Einzelnen anzugreifen. Der da ist ja... Hallo, Bruder! Boah! Oh, 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 oh! Kuni! Hier sind noch ein paar Spectator um dich. Oh! Ja, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir! Doch, das ist die Map von CSGO. Glaub ich schon. Deadmatch, 30 Sekunden, ne? Was? Ja. Nebe ich mir mal meine Pfeile lieber auf. 15. Und ess noch mal was, damit ich wenigstens voll gerackt bin, scheiße. Glaub, das ist auch sein Plan, der angelt da nur so wild um sich rum. Guck mal, hier unten läuft er. Guck mal, hier unten läuft er. Stimmt. Oh. Oh, okay. Oha. Geht's hier den Instant los? Ja. Was macht der da in der Mitte? Ohohohohoho. What the fuck? Die haben dich auch nur geangelt, oder? Ja. Die Deadmatch Arena, die erinnert mich immer an die Lobby von Drennschnitze irgendwie. Oh man, die schlagen sich nicht. Ne, ist ja Team. Ne? Oh fuck, Alter. Was soll ich denn da jetzt machen? Zaubern. What, what? In the butt, I said what, what? Oh Gott, oh Gott. Komm den mit dir, Hanisch. Den schaff ich noch! Ja, mach, ja, geil! Oh. Ah, schade. Aber, gut. Ja, Reihe. Du hast, du hast drei, du hast drei, ich hab keinen, die Runde. Aber davor hattest du einen. Das heißt jetzt immer wieder, zumindest auf dem Mars, was wir erreichen müssen. So. Runde zwei. Geil, du. Haken. Genau so wollten wir. Schön spannend. Nicht übermäßig viel Kills. Ja, genau. Damit das, damit das nicht übertrieben ist, weil sonst denkt ihr auch, wir schneiden das hier so irgendwie und so und so weiter. Aber deswegen meinte ich, dass das nicht... Okay, ich hab hier viele Kisten um mich und ich seh nur Einspieler. Man hat eigentlich kaum Zeit, ne? Mehr Kisten abzugleichen. Ja, vorhin hatte ich's tatsächlich. Ah, shit. Okay, das nehm ich. Oh, geil! Oh! Alter! Übers OP-Kiste! Oh Gott. Gold, Apfel, Holzschwert, Eisen, äh, Dia, 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 Dings. Oh, was? Ich krieg jetzt sogar einen! Ich krieg zwei! Ich krieg zwei! Ein! Versuch mich mit ihm zurückzuhalten. Hab einen! Hab einen! Ardi? Ja. Was, ja? Ich hab, ich hab einen getötet, der hieß, glaub ich, ne, der hieß nicht Ardi, aber hatte... Der rennt von mir weg, der war grad vorher im Kampf. Wulff! Da ist einer! Da ist einer! What? Komm! Ich will dein Schwer! Stopp! Wo ist er? Komm! Komm! Oh, ich hab noch einen! Wulff! Was? Ich hab den so oft geschlagen! Warum stirbt der einfach nicht? Oh mein, wie sie so unfair! Ich hab doch zwei in dieser Runde, ist doch alles gut. Läuft noch einer? Komm her, komm her, Bruder! Der hat grad an die Kiste geschockt! Warum? Oh, ich hab noch einen! Was los mit dir? Ja, Aufnahmedruck, du weißt. Hat bestimmt nichts damit zu tun, dass ich bald schon vier Bier getrunken hab. Einen gerade angeschossen. Oh, scheiße, das ist ein Team! Nee, nee, nee! Oh, schlecht, schlecht, schlecht! Schlecht, ja, schlecht! Okay, du... Wo kommt der? Hallo! Oh, das Ardi, den hab ich vorhin schon angehauen wie ein rohes Ei! Okay, 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 okay! What the fuck! Komm! Oh, die noch! Oh, fuck! Oh, der andere hatte noch einen Schuss gebraucht! Guck mal, er hatte ein halbes Herz! Steht ja im Chat bei mir! Ja, ne? Naja, gut, drei Kills waren in Ordnung! Ein halbes mehr als man muss! Einen sogar rausgeholt, ey! Und ich nicht! Das ist doch, das... Hast du doch gesehen, in der ersten Runde konnte ich auch nichts machen! Stimmt! Ja, auch in den Proberunden vorher, das war so... Ich hatte so ne OP-Chez gleich am Anfang! Mit, äh, Diaharnisch und Holzschwert und Goldapfel! Was? Aber probiert's mal selber aus! Das war jetzt die dritte, ne? Das war jetzt die dritte, genau! Probiert's mal selber aus! Ist echt, äh, ein wahnsinniger Unterschied, wenn man nur eine Kiste hat! Der hier richtig in der Mitte! Hier ist zum Beispiel nur Essen drin! Was soll ich denn damit anfangen? Oh, wird schwer! Die schlagen sich hier schon! Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Ich hab... Oh, komm, 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 komm! Oh, shit! Hab einen! Okay, okay! Ich renne erst mal weg! Oh, der hatte Diaharnisch! Nice! Den hat er noch nicht angehabt! Da oben bist du, Robert! Ich seh dich! So, runter? Bist du hier unten? Ja, unten beim Wasser, beim Wasser! Okay, okay! Oh, den da! Komm, den da! Wo, wo, wo bist du? Den da! Da bist du! Bing! Oh, ich will den doch bloß! Boah! Ich komm, ich komm, ich komm! Ah! Schießen ab, schießen ab! Mach ich! Hast du nur Angel oder so? Fuck! Hilfe, Hilfe! Ja, ich seh... Oh! Ich hab... Scheiße, ich kann nicht mehr... Kannst du Essen wegschmeißen? Danke, danke! Der eine kann nicht mehr viel haben, der hat noch keine Rüstung an! Den hab ich so oft angeschossen! Oh, ne! Oh, ne! Und den! Hey, hinter dir! Sei vorsichtig! Vorsichtig! Den schaff' ich auch noch! Komm, komm, komm! Was ist los mit dir? Hör mal auf! Oh, what the fuck! Hey! Alter! Ich hab das Stirnband um! Hier, warte! Ich hab Rüstung! Und eine Angel! Robert, die kommt, die kommt, die kommt! Ja! Oh, wenn der vordere Angel schlecht ist! Alter! Ich treff' dich nicht! Scheiße! Oh, ne! Alter! Ich bin so kacke! Ist das jetzt ein Dreierteam da? Ihr müsst mir unbedingt nette Kommentare schreiben, dass ich nicht so schlecht bin! Alter! Bad, bad, bad! Oh, keine Chance gegen die gehabt hier! What the fuck! Was? Der hat nur drei Herzen verloren? Ich hab' wie bekloppte auf ihn eingeschlagen! Krass! Wie fertig ist? Eins, zwei, drei! Ja, drei wieder! Okay! Also wieder einen rausgeholt, ne? Nicht übel! Der Pius! Okay, ich zieh' dich mit! Ja! Noch zwei Runde! Direkt los! Gut! Geht, quick! Oh, und dabei hab' ich so in der Mitte gestanden, aber ich bin so gut weggekommen! So gut, aber so gut! Oh, wenn die Kiste da jetzt nix ist, hier steh' ich schon wieder mittendrin! Oh mann, hier ist wieder keine Waffe drin! Nein, ich spürt! Ach fuck, ich hab' das Schwerk genommen! Ich bin dumm! Ich bin... Bitte schlag' mich nicht! Bitte schläpp' mich! Oh, ich hab' einen! Stefan, da bist du! Hinter dir bin ich! Ich hab' nur ne Waffe! Ich hab' eine Waffe! Ich hab' nur eine Waffe! Ja, ich auch nur! Shit! Mir fehlen schon drei Herzen! Ey, man kriegt'n Rack-Bonus, ne? Wenn man eingekillt hat! Kommt man hier nicht hoch? Ich würd' grad fragen, ob man überhaupt rackt! Oh, nein! Nein, Alter! Den möchte ich! Den, den möchte ich! Der hat nur so'n bisschen Rüstung! Den möcht' ich! Fuck! Boah! TT, Mann! Okay! Da vorn bist du wieder! Ich hab' ihn! What? Hast du noch'n Bonus? Äh, äh, das hier! Danke! Essen hab' ich auch! Ah, nein! Nein! Verdammt! Fuck! Schaffst du den? Ich hab' anderthalb Herzen! Okay, dann wohl ehrlich! Warte! Der Angel hittet mich schon wieder, Alter! So'n Klon! Ich hatte zwei! Hör auf! Ne, ich hab'... Doch, zwei! Genau! Ich hab's grad' noch mal'n Chat überprüft! Oh! Und eine Runde müssen wir noch, ne? Müssen wir am Ende sehen! Ja! Die letzte jetzt! Gut! Okay! Dead me is it! Wir müssen ein Kill schaffen, Robert, wenn ich mich recht... Oder? Ne, zwei Kills müssen... Ne! Ich bin mir total unsicher! Ach du Scheiße! Oh fuck! Und jetzt auch noch Metro 2! Ich hab' irgendeine... Ich nehm' immer irgendwelche, die gerade kommen... Also, wie sie kommen, so nehmen wir sie! Ob du dich eigentlich auch hättest selbst taggen können? Den Spider-Wip-Account, meinst du? Ja! Theoretisch hätt' ich das machen können, ja! Das können sich vielleicht die jetzt getagten tun! Oh, die schlagen sich ja schon! Mist! Ich will keine Rüstungskiste nehmen! Oh nein! Da komm' ich ja gar nicht rein! Oh Mann! Oh, da ist nur ne Angel drin! Die will ich nicht! Oh, was ist hier los? Hier ist TNT! Oh, Steinschwert! Und ein bisschen Goldrüstung! Ich habe nichts! Da bist du! Robert! Hier! Ich hab' was! Da kommt einer hinter dir! Aua! Oh! Oh nein! Der heckt mich weg! Nein! Bebo, Rino! Lauf bloß weg, Robert! Ich lauf bloß weg! Ich weiß gar nicht, wohin... Wo soll ich denn jetzt Kisten hernehmen? Such! Such irgendwo! Ich war noch nicht bei... Bei... Bei so viel Fleisch! Hier ist ein Holzschwert! Ich will nicht nur ein Holzschwert! Da drunter ist noch einer! Unter dem Tisch! Ja, stimmt! Hier ist nur Essen! Nur Holzschwert damit schaffst du nicht! Nur Holzschwert damit schaffst du nicht! Aber dann schaffst du es doch nicht, oder? Nein, nicht gegen den Typen mit Eisenschwert auf dich zu rennen! Was?! Ja, und voll Eisenrüstung! Das wird wohl eng! Ah, lauf! Oh, fuck! Keine Chance gehabt! Oh, jetzt bin ich aber gespannt, ob wir das geschafft haben oder nicht! Ich auch! Ich glaube, das könnte knapp werden! Das könnte sogar sehr knapp werden! Also du hast in der zweiten Hälfte auf jeden Fall richtig reingehauen! Ja, bloß jetzt die Runde A! Das ist auch ein richtiges Glücksspiel mit den Kisten! Ja, 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 echt! Je nachdem, wo du halt stehst! Ja! Hier wäre es jetzt vielleicht cleverer gewesen, gleich nach unten zu rennen bei der Map! Ja! Dann würde ich sagen, treffen wir uns nochmal in der Lobby! Okay, ich mach mal Slash Lobby! Robert zählt das Ganze aus und wir sagen es gleich! SG Lobby, oder was? Ja, ja, in der SG Lobby! Wir treffen uns gleich hier! Du machst jetzt einen... Jetzt kannst du ja einen Cut machen und dann sagen wir, ob wir es geschafft haben oder nicht! Warte mal, ich muss hier nochmal... Wie ging das nochmal? Irgendwie umstellen hier? Spieler verstecken! Sichtbar machen! Du bist nicht hier! Hier ist schon... Bleib einfach da! Okay! Ähm! Ja! Falls wir es nicht geschafft haben oder falls ihr es nochmal sehen wollt! Von... Von ihm! Da kann ich raten nur! Wäre doch eine schneeke Idee, den Spiderweb-Account nochmal zu taggen! Ja, das ist genau dieser Kanal mit den 8 Abonnenten, wo nur ein Intro bis jetzt ist! Da sind 10 Abonnenten, Robert! Oh, das wusste ich nicht! Was? So! Mach mal einen kleinen Schnitt und wir sagen, ob wir es geschafft haben oder nicht! Oder? Wir wollen es ja auch wissen! Ich will es wissen! Na gut! Okay! Schnitt! Jetzt? Jetzt musst du es auszählen oder nicht? Jetzt musst du es auszählen oder nicht? Wird ich jetzt echt durchgehen? Klar! Oh! Oh! Hallo! Da sind wir wieder! Ja, ich habe gerade nochmal die Rohdateien durchgeguckt und anscheinend sieht es nicht übel aus, wenn ich mich nicht verzählt habe! Ja! Und zwar, lieber Stefan, haben wir genau die 12 geschafft und damit die 6 Kills und das heißt, das ist geschafft! Challenge geschafft! Ja, genau! Challenge geschafft! Ja! Bislang hatte in der Reihe, in der wir quasi die Challenge gemacht haben, noch keiner mehr als 6 in einer Runde. Ich bin mir aber sicher, dass die Leute, die wir jetzt nominiert haben oder getaggt haben, dass davon einer locker mehr schafft. Also an Keideos oder an den Re... wie heißt er? Rexcaviator denke ich auf jeden Fall, dass da mehr drin ist. Auch Awesome Brain stellt sich bestimmt nicht so dumm an. Allerdings an die anderen Teams, also Stolen Games TV oder Blue YOLU, die werden es sicherlich auch schwer haben, wenn sie es ähnlich machen wie wir. Als Team ist es nicht einfach, ja. Obwohl die an sich wahrscheinlich auch nicht einfach ist, halt. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht, es ist schwierig halt. So kann man vielleicht nur auf den Teampartner zurückgreifen, wenn der was Gutes hat. Aber vielleicht ist man halt so oder so am Arsch, also... Wer weiß. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Challenge. Genau. Wir bedanken uns dafür, dass wir getaggt wurden. Wir machen gerne wieder eine Challenge, für die wir getaggt werden. Ihr könnt auch wie immer Challenge in die Kommentare schreiben. Das dürft ihr. Immer. Ja. Das dürft ihr. Und wir suchen uns dann die schönsten raus, auf die wir Lust haben. Und die kreativsten vor allem. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war's soweit. Wir verabschiedeln uns. Dann verabschiedeln wir uns und wir sehen uns am Donnerstag wieder beim nächsten Survival Games Video. Am Donnerstag beim Survival Games? Minecraft würde ich sagen. Beim nächsten Survival Minecraft. So Minecraft. So Minecraft Video. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.